Liebe Zuschauer, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Sendung. Es geht in der Sendung heute um Wahrsagen sehen, eher um sehen. Ich kann da mal von mir selber ganz kurz erzählen. Ich habe dieses Sehen schon seit meiner Kindheit. Hier mal ein kleines Beispiel. Als ich in der fünften Schulklasse war, da war da ein Mädchen in meiner Klasse, die war, wie soll ich sagen, die hat mich gemobbt. Und das auf eine sehr üble Art und Weise über einen längeren Zeitraum. Das hat mich ziemlich geärgert, ziemlich gequält auch. Irgendwann stand ich auf dem Schulplatz. Sie war in etwas Entfernung. Ich habe sie beobachtet. Und dann merkte ich bei mir, oh, da kommt mir irgendwas in den Kopf. Ja, das sind immer so Momente, da bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht, weg von der Realität. Das ist ein ganz komisches Gefühl, ich kann es kaum erklären. Da bildet sich was im Kopf, ein Satz. Und das ist dann etwas, was ich voraussehe. Und da habe ich gesehen den Satz oder gehört den Satz im Kopf. Du, und damit meinte ich dieses Mädchen, du wirst sterben. Und zwar ein paar Tage vor dem glücklichsten Tag deines Lebens. Ab dem Moment, wo ich diesen Satz im Kopf gesagt habe, das gesehen habe, hatte ich kein ganz anderes Verhältnis zu ihr. Ich hatte keine Angst mehr vor ihr. Und auch das Mobben hat sich dann irgendwie mit der Zeit ziemlich schnell gelegt und war dann vorbei. So, viele Jahre später, zehn Jahre oder sowas, als ich schon in Berlin lebte, bekam ich einen Anruf von meiner Mutter. Die war sehr aufgeregt und hat mir erzählt, sag mal, da ist eine, die muss bei dir in der Klasse gewesen sein. Die ist vor ein paar Tagen verstorben. Dann habe ich sie gefragt, ich habe mich sofort erinnert, habe ich sie gefragt, ist das die und die? Ich sage mal den Namen jetzt mal nicht hier. Dann sagt sie, ja, ganz genau. Und dann sagte sie mir, ja, die ist drei Tage vor ihrer Hochzeit, vor ihrem Hochzeitstermin, mit ihrem Bräutigam, zukünftigen Mann, tödlich verunglückt. Beide sind dabei gestorben. Das ist eine sehr unangenehme Geschichte. Es gibt natürlich auch Geschichten, die jetzt nicht so etwas mit Tod zu tun haben. Mittlerweile habe ich einen Mechanismus entwickelt, dass ich das bremsen kann, wenn mir etwas von einer Person in Richtung Tod hochkommt. Und das kann ich dann stoppen, das kann ich dann nicht zulassen. Das ist sehr angenehm. Aber, ihr Lieben, es geht heute nicht um mich und mein Sehen. Ich wollte euch nur gerade mal klarmachen, dass ich damit auch selber sehr oft zu tun habe. Es geht um den wohl größten Seher des vergangenen Jahrhunderts, möchte ich jetzt mal so ganz frech behaupten, um Alois Irlmayr. Und über den unterhalte ich mich mit der noch lebenden, ja, also lebenden, und sehr renommierten Seherin im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus mit der Tahuti. Tahuti, ich grüße dich ganz herzlich zu unserer gemeinsamen Sendung. Hallo. Hallo Peter, schön, dass wir uns zusammengefunden haben, wie das Schicksal so spielt. Ganz genau. Gleiches zieht Gleiches an. Seher und Seherin treffen aufeinander. Perfekt. Deswegen ist das für mich auch, und das wollte ich den Zuschauern mal klarmachen, so interessant, mit der wohl renommiertesten Seherin Mitteleuropas hier zu sprechen. Ganz toll. Es geht los, liebe Zuschauer, nach dem kleinen Jingle. Für alle Live-Zuschauer, es geht sofort weiter. Hallo, Herr Tahuti. Hi, du. Schön, dass wir uns zusammengefunden haben. Wir hatten uns, ja, das finde ich auch. Für diese Wege, die Wege, die Wege, die Wege des Herrn sind unbeschreiblich und unerkennbar. Das ist sehr spannend, ja. Sehr spannend. Manchmal gibt es einfach auch unangehende und schlechte Situationen, die etwas Gutes hervorbringen. Das ist ja das Tolle daran, weißt du, wenn du, weil Menschen kommen ja immer dann zu dir, wenn die Wege sich kreuzen sollen, wenn das Schicksal es vorsieht. Ganz genau. Dazwischen liegen dann Begegnungen, die das eventuell fokussieren, dass diese Menschen zusammentreffen. Und sobald diese Begegnungen dann da sind, sind die anderen Menschen weg. So funktioniert das im Universum. Das ist der natürliche Ablauf des Universums. Ganz genau, so ist es mir schon oft passiert. Wir haben uns das Thema Alois Irrenmeier vorgenommen. Ja. Das war ein Vorschlag von dir. Ich selber kann darüber gar nicht so viel sagen, außer, dass ich natürlich diverse Sendungen schon geschaut habe, wo sich Menschen damit befassen. Meistens fand ich es immer sehr seltsam und etwas bei den Haaren herbeigezogen, was die Menschen da so interpretiert haben und so weiter. Nun lässt er aber auch sehr viele Interpretationsmöglichkeiten. Wie sieht das für dich aus, wenn du über Irrenmeier sprichst? Naja, es ist schon so, man spricht ja auch von der stillen Post. Wie wird etwas weitergetragen? Ja. Und deswegen ist es extrem schwierig, diese Aussagen noch komplett nachvollziehen zu können. Es gibt da einen, der hat sich damit auseinandergesetzt. Ich selber bin damit aufgewachsen. Das heißt, ich habe nicht irgendwann mal damit angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, sondern ich bin mit den Vorhersagen aufgewachsen, weil ich bin ja auch verwandt mit einem verstorbenen Priester, der selber gesehen hat und der in Altötting sehr bekannt war. Der hat unter anderem sich auch mit den Stigmatas von der Resel von Connors Reut beschäftigt und hat da auch Bücher darüber geschrieben. Und ich habe also von Kindheit an schon Zugang dazu gehabt. Und da kannte ich die ganzen Forscher, die da dem Alois Irlmeier hinterher forschen, noch gar nicht. Und irgendwann habe ich als Kind schon festgestellt, dass ich Dinge sehe. Und ich habe dann oft Dinge ausgesprochen, einfach mal so wie bei dir, dass du das erklärt hast mit dem Gedanken da. Man verwirft es ja dann auch wieder. Man erinnert sich vielleicht auch in der Sekunde nicht mehr dran. Was habe ich jetzt da gesagt oder was habe ich da gesehen? Das weißt du selber. Wenn man die Situation eintrifft, denkt man, ups, habe ich da nicht was gesagt? Ich habe jetzt über die letzten Jahre, seit ich damals noch für diesen Astro-Sender tätig war, sehr viele Menschen kennengelernt. Die begleiten mich auch schon seit über 20 Jahren. Also ich habe 2003 für diesen Astro-Sender angefangen. Da haben sich Freundschaften entwickelt, die bestehen bis heute noch. Und ich nenne sie immer meine Protokollführer, weil die schreiben oft Notizen dazu, was ich so sehe. Und sagen dann hinterher, das hast du gesagt, Herr Huthi. Ja, so. Und da sind viele Visionen dazugekommen, wo mich dann andere daran erinnert haben, dass der Alois Irlmeier Ähnliches gesehen hat. Und dann habe ich angefangen, mich noch mal mit ihm auseinanderzusetzen und habe Vergleiche gezogen. Die mache ich astrologisch, die mache ich mit den Karten, die mache ich über Engelkontakt, über meine Visionen. Und da bin ich dann natürlich schon sehr erstaunt darüber, was der Mann gesagt hat und was ich so sehe. Vieles vergleiche ich aber auch mit dem Lied der Linde, was er gesagt hat. Vielleicht kennst du das. Nein, ich weiß jetzt. Dem hast du noch nichts gehört. Okay, aber vielleicht guckst du dir das mal an, weil im Lied der Linde sind sehr viele Facetten drin, die diese verstorbenen Seher gesehen haben. Der Stromberger, der Mühlhiesel, der Irlmeier und viele gehen ja auch davon aus, dass Stromberger und der Mühlhiesel ein und dieselbe Person waren. Und ich bin allerdings selber ganz, ganz lange Zeit nur mit Nostradamus immer wieder konfrontiert worden und mit seinen Schauungen. Ich habe viel über Putin gesehen, auch was er tun wird, wie er reagieren wird. Ich habe teilweise auch bei Schwergewichtsboxkämpfen Boxern gesagt, wie der Kampf ausgehen wird, ob sie verlieren werden oder nicht. Und irgendwann fing das mit den Visionen an, richtig stark. Die Visionen waren dann 2012, wie ich nach Österreich ausgewandert war. Dass ich Hochwasserabkommen sehen, in welchem Ausmaß war mir das nicht klar. Ich habe nur Wasser gesehen und das kann man ja, man kann ja nicht sagen, dass auf einen Zentimeter und aufs Datum genau, wann das eintrifft. Leider Gottes konnte ich das. Ich konnte das Datum nennen. Ich habe ein paar Tage vorher angefangen, meine Sachen hochzuräumen. Leider nicht hoch genug. Vieles ist verloren gegangen, vieles aber nicht. Alles, was mir wichtig war, konnte ich retten. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann richtig los mit den Visionen. Und ich habe dann festgestellt, dass vieles von dem, was ich sehe, von Alois Irlmayr vorhergesagt worden ist. Und habe eine Freundin, die halte ich persönlich für die Reinkarnation des Alois Irlmayr. Und mit der spreche ich mich ab. Und dadurch habe ich natürlich auch Erfahrungen. Was sieht sie? Was sehe ich? Was hat Irlmayr gesehen? So kommen die Gespräche zustande. Ganz genau. Und vor allem kommt dann so auch ein klareres Bild zustande. Jetzt hast du eben ein Reizwort gesagt, für mich jedenfalls. Und zwar Putin. Okay. Da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen thematisieren. Was hast du mit Putin im Zusammenhang gesehen? Also Putin, ich hatte mein erstes Flashback in der Silvesternacht von 1999 auf 2000. Und habe gesagt, jetzt kommt der von Nostradamus vorhergesagte russische Fürst oder Zar. Und in dieser Nacht hat Jelzin Putin zu seinem Nachfolger erklärt. Es gibt ja auch, ganz kurz mal Einwurf, es gibt ja auch Gerüchte, dass genau in dieser Zeit Putin tatsächlich als Person ausgetauscht worden ist. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Nee. 99 soll Putin ausgetauscht worden sein gegen den Putin, den wir heute als Putin kennen. Und das ist ein guter Putin, heißt dieses Gerücht. Und der Alte war kein guter Putin. Na, ich kenne das anders. Also ich kenne jemanden, der hat fünf Jahre mit Putin im Osten zusammengearbeitet. Da werde ich die Tage interviewen. Deswegen gab es auch große Diskussionen die letzten drei Wochen, weil es war eigentlich anders geplant, als es jetzt geplant ist. Wir hätten noch zwei weitere mit dran teilnehmen sollen. Die haben sich selbst ins Ausgeschossen und jetzt werde ich das Interview alleine führen. Das wird mit Sicherheit sehr spannend werden, als der mir berichten wird, wie er Putin kennengelernt hat im Osten als KGBler, als oberster Führer im Osten. Oh, auch gesagt. Da wollen wir mal gespannt sein. Wir wollen jetzt aber nicht dahin abdecken, sondern wir machen mal ein Satz weiter. Und auf alle Fälle habe ich damals das gesehen. Ich habe dann am Anfang immer gedacht, ist er der Schreckensfürst? Das war so am Anfang mein Hinterfragen. Ich hatte da noch nicht wirklich so gewusst, mit wem ich da Kontakt habe. Das kam erst 2003 raus. Und habe ihn dann beobachtet. Und dann habe ich immer gedacht, ist das jetzt der dritte Antichrist, der vorhergesagt worden ist? Das kann der nicht sein. Ja? So. Ja. Und ich habe auch noch nicht wirklich Antworten dazu gekriegt. Und ich bin aber über die Jahre hinweg auch durch Visionen, ich wusste auch ganz genau, wann die in die Ukraine einmarschieren werden. Ich habe immer gesagt, ihr regt euch alle über Covid auf und keine Ahnung, das ist nicht unser Problem. Jetzt kommen dann die Russen und alle haben mir den Vogel gezeigt. Ja? Wann kommen die Russen? Ja, die waren ja schon, die sind ja schon im Anmarsch. Ah ja. Ich habe gesagt, das mit der Ukraine habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, in der Silvesternacht von 21 auf 22, jetzt ist dann bald Schluss mit Covid, weil jetzt kommen die Russen. Und dann ging es los. Dann hat der erste Einmarsch stattgefunden. Und irgendwann bin ich dann draufgekommen, wer der wirkliche Schreckensfürst ist, den Nostradamus vorhergesagt hat. Und Irlmayr nannte ihn den Räuberfürsten, der Russland großen Schaden zufügen wird. Ich will. Und den kannst du auch namentlich benennen? Kannst du den auch namentlich benennen? Schnuschisch-Nubienski, oder? Ich will. Ich will. Das ist der Räuberfürst, der von Irlmayr vorhergesagt wurde. Ah ja. Der Schreckensfürst, der von Nostradamus gesagt wurde. Und alle verbringen das mit der NATO in Verbindung. Nein, 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 nein. Das ist schon der. Ah ja. Die direkte Person. Gibt es Geschichten von Irlmayr, die genau dieses Jahr betreffen? 2024? Nein. Nein. Es ist ja bei Irlmayr oft so, dass es überhaupt gar keine Daten oder so gibt. In fast allen Fällen. Von mir die Daten. Genau. So kombiniert sich das. Kann ich das so verstehen? Dass du praktisch eine Grundlage bekommst von Irlmayr und die dann nochmal spezifizierst oder spezifizieren kannst? Nein, nein. Ich habe die Visionen und dann vergleiche ich die mit den Grundlagen vom Irlmayr in Gesprächen mit Leuten, die sich damit intensiver auseinandersetzen. So bin ich auch auf Stefan Berndt gekommen, der ja die Bücher geschrieben hat. Genau. Was ich meine ist, es sind ja nicht die identisch gleichen Versionen, sondern da tauchen ja nochmal andere Aspekte auf. Sind das Aspekte, die da irgendwo einen zeitlichen Rahmen geben oder auch namentlich Rahmen geben oder so? Also speziell... Die nächsten Tage werden wir das genauer eruieren. Wir werden uns die Tage mit unterhalten. Ein Astrologe und ich. Ich bin ja keine Astrologin. Ich bin ja eine Hexe. Ich kenne mich nur mit den Konstellationen aus, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, um die und die Uhrzeit auf dem und dem Grad ist die und die Konstellation. Das ist nicht mein Metier. Das überlasse ich den wissenschaftlichen Astrologen. Ich gucke mir nur die Konstellationen an. Ich gucke mir ihre Auslöser an und ich gucke dann, was sehe ich und was wurde vorher schon dadurch ausgelöst. Und inwieweit steckt das jetzt im Zusammenhang mit den Irlmaier-Visionen? Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen? Ja, das ist eben der Räuberfürst. Irlmaier hat ja gesagt, es wird ein Räuberfürst kommen, der Russland schweren Schaden zufügen wird und den Räuberfürsten haben wir ja jetzt. Der rennt auf der ganzen Welt rum. So einen hatten wir schon mal. Der hat damals auch immer geschrien, ich will. Und das macht der ja jetzt genauso. Und somit haben wir den dritten Antichristen nicht in Putin, sondern im Schnulenski. Das ist natürlich auch nicht leicht zu erkennen für jemanden, der sich irgendwo nicht auskennt. Das mit dem Putin-Austauschen, da habe ich mal am Rande was mitgekriegt, weil ich ja immer sage, Putin hat ja mehrere Residenzen in Österreich und der ist ja hier sehr beliebt in der Gegend. Auch seine Familie, der hat auch viel für die Gegend getan, um den Dachstein rum, da wo ich wohne und früher war es immer so, alle wussten Bescheid, wenn er da ist. Und ich habe immer gesagt, wenn der kommt, weil sie immer sagen, wenn der jetzt dann hier in Österreich einreist, wird er ja verhaftet. Und ich sage dann immer, weil ihr das ja dann wisst, wenn der da ist. Das ist so herrlich. Der Mann weiß, wie er sich verhalten kann und verhalten muss und ob er öffentlich auftritt. Und der weiß auch ganz genau, wo die Leute dicht halten und wo er hingehen kann und wo nicht. Also da wird sich hier keiner drauf einlassen. Und wenn man das so beobachtet, wie lange dieser Mann eigentlich ruhig bleibt, trotz allem und er hat ja eigentlich trotz der ganzen Sanktionen, ich habe immer gesagt, ihr werdet verlieren, nicht er. Er wird neue Geschäftspartner finden, er wird weitermachen. Ihr werdet auf der Strecke bleiben. Ich habe damals die Karten draufgelegt. Ich habe gesagt, genau so und so wird es laufen. Und das ist bisher alles so eingetroffen. Ja. Ich hoffe ja jetzt nur, dass er wirklich die Füße weiterhin stillhält und dass das Irlmayr-Szenario nicht eintrifft. Ja, Diva. Fehlen noch bestimmte Vorhersagen? Ja, sehr viel. Es fehlen Friedensgespräche zwischen Obama und Assad, die wir gesehen haben. Nicht nur ich, auch andere. Dann Friedensgespräche zwischen Süd- und Nordkorea. Warum Obama? Obama ist ja immer noch in der Partei. Ja, aber... Keine Ahnung, warum es Obama ist. Ich habe es teils so gesehen. Ich kann ja auch sagen, warum Sebastian Kurz anschließend dann Kaiser von Österreich wird. Das habe ich halt in Bildern gesehen. Das passt manchen Leuten vielleicht nicht in Kram. Aber bis dahin rennt noch viel Wasser die Enns runter, sage ich immer. Oder die Donau oder den Rhein oder keine Ahnung oder die Temse. Aber das sind halt Bilder, die ich sehe. Ich muss das ja nicht bewerten, was ich sehe. Es reicht ja, wenn ich was sehe. Ich notiere mir das. Ich gebe das so weiter. Und dann kann jeder selber daraus machen, was er will. Das ist ja nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Oder da eine Wertung draufzulegen. Das weißt du selber. Das ist ganz interessant, genau, was du gerade sagst. Ich habe ja in meinen Geschichten auch immer... Es besteht meistens aus zwei Sätzen. Der erste Satz ist relativ real. Der ist nachvollziehbar. Und der zweite Satz, da wundere ich mich immer. Hä, was soll das jetzt heißen? Ja, ich habe zum Beispiel mal vor dem Reichstag gestanden und in den Tiergarten geschaut und gesagt, Och, hier werde ich mal wohnen, im Tiergarten. Was natürlich in dem Moment völlig unsinnig war, aber ein realistischer Gedanke schon. Aber es werden Glocken sein und diese Glocken werden ganz schrecklich sein. Warte ich mir, was für Glocken? Wie sollen denn da jetzt Glocken hinkommen, ja? Das war ganz seltsam. Ja, gut, zehn Jahre später war das Tempodrom. Das war ein Veranstaltungsort in Zelten, also Zirkuszelt mäßig. Genau an der Stelle, die ich bezeichnet habe, aufgestellt worden. Die waren vorher jahrelang in Kreuzberg. Irgendwann bin ich da eingezogen und habe da gearbeitet, sechs Jahre lang. Und an dem Tag, wo ich einzog, ist da, wo wir unsere kleine Wagenburg... Also ich hatte den Wagen, den Zirkus, den Original Zirkuswagen von Nina Hagen geerbt. Die war nämlich da mehr oder weniger am Ausziehen schon und ich bin in ihren Wagen gezogen. An dem Tag, wo ich eingezogen bin, ist neben unserer Wagenburg, die wir so ein Zirkus gebaut haben, indem wir so ein paar Wagen zusammengestellt haben, eine Baustelle eröffnet worden. Und da war ich natürlich neugierig und bin dann irgendwann zu den Bauarbeitern gesagt, sag mal, was wird das denn hier? Ja, wir bauen hier einen Glockenturm. Das gibt es nur zweimal dann auf der Welt. Ja, das ist so ein ganz schlanker, großer Turm und oben ist ein Glockenspiel und da sitzt dann einer und der spielt das wie eine Orgel mit Händen und Füßen. Ja, und tatsächlich, irgendwann war das fertig und dann kam da auch so ein Mensch, der da immer wieder übte. Es war ganz schrecklich, weil er übte immer klassische Stücke, die ich alle kannte und hat immer dieselben Fehler gemacht und es war furchtbar. Es war nicht mit anzuhören. Wenn man mal ein ganzes Stück hört, was er fehlerfrei schreibt, ist das ja vielleicht ganz schön. Aber tagelang zu üben und immer wieder die gleichen Fehler zu machen und hin und her, aber da wusste ich, aha, ah ja, so war das gemeint. Und beides war nicht voraussehbar, weil das das Tempoturm ausgerechnet an diese Stelle kommt, beziehungsweise dann auch noch ein Glockenturm da gebaut wird. Das war zehn Jahre oder 15 Jahre vorher absolut nicht absehbar. Aber das sind immer diese komischen Nachsätze. Es kommt erst so ein realistischer Satz und dann kommt so ein Nachsatz, wo ich einmal denke, hey, was soll das denn werden? Das kann ja nicht hinhauen. Das ist ja völliger Quatsch irgendwie, ne? Ich kenne das irgendwoher, ja. Ja, ja, ja. Wenn ich mir ja dann die aktuelle Situation zu dem anschaue, also so nach dem Motto, alle haben geschrien, Kurz muss weg und ich sehe den als Kaiser und dann sehe ich ein Foto von Prinz Charles in jungen Jahren und sehe den Sebastian Kurz und denke mir, ach, guck mal, ist ein und dasselbe Gesicht, ja. Da denke ich mir dann schon, also irgendwo muss ja was dran sein. Lassen wir uns überraschen. Ob es so kommt, weiß ich ja nicht. Und das ist auch, so was Ähnliches hatte ich ja auch mit meinem Tiny House hier. Ja. Ich habe 2016 eine meiner besten Freundinnen kennengelernt, kurz nachdem ich, ich bin vor zehn Jahren ja hierher gezogen. Und da habe ich dann 2016 eine meiner jetzigen besten Freundinnen kennengelernt in einem Lokal. Wir haben uns immer über Tiny Häuser unterhalten und ich habe damals noch in 137 Quadratmetern gewohnt. Und ich habe immer zu ihr gesagt, weißt du, mir wird das mit der Zeit zu groß. Eine 60 Quadratmeter Wohnung und ein Tiny House zum Hin und Her pendeln wäre eigentlich genau das Richtige. Ja, ich habe das alles abgehakt. Ich habe das mit meinen ganzen Freundinnen besprochen, mal 60 Quadratmeter Wohnung und ein Tiny House. Und was kam 2020? 60 Quadratmeter Wohnung und ein Tiny House. Ja, wunderbar. Also es war dann irgendwie ganz witzig, wie das gelaufen ist, ja. Und dann hat meine Freundin gesagt, na, das hast du doch immer gesagt, 60 Quadratmeter Wohnung und Tiny House. Ich habe noch eine Frage zu dem Kurz. Ja. Wird er denn, wenn er dann Kaiser ist, auch wieder zurück in Schloss Spanstein sein? Der ist gut. Ich glaube eher, das wird die Wiener Hofburg. Ja, na, Spaß am Rande. Ja, war gut, ja. Aber wie gesagt, aber da gibt es auch Bilder. Wie in der Hofburg. Ganz genau. Ganz genau. Ja, herrlich. Nee, aber dann, und dann gab es ja noch was. Also so, weil es hat ja immer geheißen, Irlmaier hätte Krönungen vorhergesehen. Und dann gab es ja auch die Diskussion mit dem schwarzen Papst immer. So, und ich, und der Papst in Lederhosen. Und ich habe immer gesagt, Benedikt ist der Papst in Lederhosen. Kardinal Josef Ratzinger, habe ich 2003 gesagt, ist der Nachfolger von Johannes Paul II. Alle haben mir den Vogel gezeigt. Drei Tage vorm Konklave. Ja. Sachte meine Mutter noch zu mir, der wird niemals Papst. Habe ich gesagt, wir sehen, der wird Papst. Meine Mutter habe ich nach München an Flughafen gefahren, ist nach Tunesien geflogen. Meine Mutter steigt in Tunesien vom Flieger aus. In dem Moment kommt, Habemus Papum Kardinal Josef Ratzinger. Meine Mutter hat mich angerufen von Tunesien aus, du hattest recht, du hattest recht, du hattest recht. Und habe ich gesagt, ja, und das ist der vorhergesagte schwarze Papst, hat mir auch keiner geglaubt. Und dann hat er sich als Papstsiegel den schwarzen Moor von Freising genommen und somit war dann praktisch der schwarze Papst besiegelt. Hammer, ja. Und dann haben alle gesagt, ja, und, da habe ich gesagt, ja, rein theoretisch müsste dann er einer der Päpste sein, die aus dem Vatikan flüchten. Ich stehe 2013 am Rosenmontag beim Fetzenumzug in Ebensee, kommt eine Freundin zu mir her, Nachbarin von Ebensee. Hast du schon gehört, der Papst ist zurückgetreten. Mir ist fast das Glas aus der Hand gefallen, mit meiner roten-weißen Mischung. Ich dachte, bitte was? Ja, der Papst ist zurückgetreten. Das hast du doch gesagt. Ich bin kreidebleich geworden. Ganz Ebensee, Tauti hat gesagt. Ich habe das gar nicht glauben können. Ich bin ja dann an dem Tag irgendwann mal im Zickzack dann nach Hause, was man halt so hat, wenn man auf dem Fasching ist. Ich bin dann irgendwann ins Bett. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, habe den Fernseher eingeschalten, habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ja. Ja, haben sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müsste jetzt der nächste Papst, der letzte Papst sein, wie vorher gesagt. Und der müsste dann letztendlich noch die Häupter krönen. Ah. Oh, dann muss ja alsbald was passieren. Ich denke auch, dass es nicht mehr lange dauert. Das ist nicht mehr der Jüngste. Dieses Jahr noch nicht, aber es wird nicht mehr lange dauern. Hat ja hier und da auch schon schwächelt. Schälen noch Erzbeben in Kalifornien, die massive Schäden hervorrufen, diverse Vulkanausbrüche, die noch so sein werden wie der Kung Baier auf La Palma. Den habe ich 2006 oder 2007 gesehen, den Vulkanausbruch, wie meine beste Freundin auf Teneriffa noch gelebt hat. Und es fehlen noch diese Friedensgespräche. Und dann rennen ja, und das Irrmaier sprach immer von drei Hochgestellten. Wir anderen sehen aber vier. Kim Jong, Assad, Trump und Erdogan. Und die rennen ja alle noch durch die Gegend. Und was ich, und Stefan hat mich mal angeschrieben, das mit der Freiheitsstatue, findet er so interessant, ob er das von mir in sein Archiv aufnehmen darf. Und ich habe dann gesagt, du, ich mag das eigentlich nicht so, wenn mich andere archivieren, meine Aussagen. Und ich habe nur gesagt, ja, wenn die Freiheitsstatue fällt, dann geht es über Nacht Schlag auf Schlag los. Dann ist auch nicht mehr viel Zeit, von bestimmten Orten zu flüchten. Aber in dem Moment, wo die Nachrichten kommen, Amerika wird angegriffen, direkt angegriffen. Packt schon mal eure Sachen und schaut, dass ihr da wegkommt, wo die Krisengebiete sind. Ja, also mehr kann ich auch nicht sagen, weil ich sehe halt nur so spezifische Momente. Und bei mir ist es halt so, dass mir, bevor es losgeht, drei Tage vorher richtig übel wird. Also ich habe dann, ich hyperventiliere dann und dann geht es richtig rund. Und so war es auch vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Da ist mir auch richtig schlecht geworden. Herr Uti, ich kann dir jetzt mal was erzählen zu Amerika, speziell die USA. Da hatte ich einen, ich habe ja meine Geschichten nicht nur als außergewöhnliche Momente, wo mir Sätze in den Kopf kommen oder gelegt werden oder wie auch immer. Sondern auch über Nacht. Ich habe zwei Arten von Träumen. Einmal das, was wir schlechterdings als Verarbeitung des Tages von irgendwelchen Geschehnissen oder sonst was kennen als Traum. Aber ich habe auch noch andere Träume, in denen ich ganz genau weiß, ich träume zwar jetzt, aber das, was ich träume, hat alles einen tatsächlichen realen Bezug. Und da werden mir Sachen offenbart. Da habe ich Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen. Wo mir klar wird, was mit denen eigentlich tatsächlich los ist. Könnte ich dir auch mal eine interessante Geschichte über Putin erzählen. Jetzt wollte ich aber erzählen von Amerika. Ich hatte einen Traum, in dem mir schlagartig klar war, und ich habe das auch mehr oder weniger körperlich miterlebt, was in naher Zukunft in Amerika mit dem Kontinent passiert. Und das hat mich so erschreckt am nächsten Tag. Ich war sehr irritiert und habe tatsächlich ein paar Wochen später mehrere andere Seher teilweise auch gehört und miterlebt, die was Ähnliches erzählt haben. Und ich war ganz von den Socken. Ich sagte, es ist ja genau dasselbe, was ich auch hatte. Siehst du was? Es geht zum Beispiel um die Westküste. Ein Stück wird abbrechen. Florida wird eine Insel. Es geht um die Ostküste. Und zwar da, wo jetzt das Regierungsviertel und so weiter ist. Diese ganze Gegend, da wird sich ein Berg auftun. Es geht um den mittleren Bereich der USA, wo etwas geschieht, was ich nicht mehr genau weiß, was es war. Ich kann mich da einfach nicht dran erinnern, aber da passiert auch irgendetwas. Ich weiß nicht, was es ist. Und insgesamt wird unheimlich viel Wasser sein. Wasser und Erdbeben. Also es wird England absaufen und Teile von Amerika werden auch absaufen und Teile von Deutschland werden absaufen. Und viele andere Teile werden auch absaufen. So viel Wasser haben die Leute schon lange nicht mehr gesehen. Und das ist ungefähr so vergleichbar mit den Wassern, die ich damals in Ebensee gesehen habe, wie die gekommen sind im kleineren Rahmen. Und da habe ich auch gesagt, alles wird absaufen. Keiner hat es mir geglaubt. Und auf den Tag genau ist Ebensee abgesoffen. Und wir waren ja dann auch von der Außenwelt abgeschnitten. Ja. Da gibt es natürlich dann immer Leute, die dann immer sagen, Mensch Tahuti, wenn du das doch siehst und wenn du das doch mit dem Metadron so erfährst, wieso hast du denn nichts dagegen unternommen? Wieso? Ich war doch geschützt. Mir ist doch nichts passiert. Da, wo ich mich aufgehalten habe, da sind meine Füße trocken geblieben. Also, man kann es natürlich auslegen, wie man will. Du kannst den größten Krisengebiet, kannst du geschützt sein, ohne dass du weg musst. Wenn du einfach stabil auch bist in dir selber und sagst, wieso, ich bin doch geschützt. Ja, das wollte ich gerade noch ergänzen zu meiner Geschichte, ist, dass das, was ich für Amerika gesehen habe, also für gerade im Speziellen für den Kontinent und die Umrisse von den USA, dass die Leute in der Mitte, auch wenn sie schwere Dinge erleben werden, mehr oder weniger geschützt sein werden. Ja, denen geschieht leiblich nichts. Genauso ist es auch an der Westküste. Also links da, wo Florida ist und so weiter. Auch da geschieht zwar sehr viel, ja, aber die Menschen werden da nicht so stark tangiert. Das Gegenteil ist aber an der Ostküste. An der Ostküste geht es den Menschen tatsächlich ans Leben. Ja. Ja, das war nochmal so ein Unterschied, den ich da miterlebt habe, denn ich war teilweise im Geschehen drin, im Geschehen drin und habe das beobachten können. Das war wirklich sehr, oh mein Gott, also das war wie ein Hollywood-Film mit megateurer Animation. Ja, das war ungeheuerlich, ja, also wirklich, also mich hat das sehr stark mitgenommen. Am nächsten Tag ging es mir dann wirklich sehr schwer, schwer, sehr schwer. Ich kenne das. Ich habe dann am nächsten Tag auch teilweise, ich schlafe dann teilweise auch zwei, drei Tage fast durch. Ich werde dann eigentlich nur wach, wenn ich die Tiere versorgen muss und schwank dann teilweise wirklich durch die Gegend, wenn es mich richtig erwischt. Also ich habe dann auch Fieber, einen Tag lang nur Fieber und da habe ich dann die Visionen. Ich habe ja auch genau gesagt, wann das mit Covid losging. Ich habe ja gesagt, wann die gelbe Invasion 1.0 kommen wird. Der Anschlag der gelben Invasion. Meine Großmutter hat uns ja nie vor den Russen gewarnt, sondern vor der gelben Invasion. Ja. Und ich kenne ganz viele Leute, die haben null Angst vor Putin. Die sagen, wir haben eher Angst vor den Amerikanern wie vor Putin. Lauter Leute, die im Osten groß geworden sind. Die sprechen ja auch fast alle Russisch. Ja nun, Fakt ist ja auch, wenn sich die USA mit Putin tatsächlich anlegen, dann wird das ja nicht auf der anderen Seite des Globuses, über Alaska oder so ausgetragen, sondern es wird über Mitteleuropa ausgetragen. Ja, und die einzigen, die dann leidtragend sind, sind die Mitteleuropäer. Ja, und sonst gar nichts. Dazu wird es aber nicht kommen. Nicht in der Form. Nein. Da bin ich mir auch ganz sicher. Da habe ich auch schon Erlebnisse zu gehabt, die für mich auch ganz klar sind. Dazu wird es nicht kommen. Es werden andere Dinge geschehen, aber eben nicht dieser direkte Konflikt. Aber wir werden keine Diktaturen bekommen, weil der Pluto im Wassermann wird das verhindern. Ganz genau. Ganz genau. Ja, es wird allerdings auch jetzt passieren. Diese ganze Angst und Panikmache zu Corona-Diktatur und Klima-Diktatur und die Hu-Diktatur und die Diktatur, wird alles passieren. Wobei man aber auch eins sehen muss, es wird jetzt erst mal schlimmer. Und zwar sehr viel schlimmer. Das werden wir uns jetzt noch gar nicht richtig ausmalen können, wie schlimm es in naher Zukunft schon wird. Aber das ebbt auch wieder ab. Es löst sich ganz plötzlich und sehr schnell auf und wird dann tatsächlich etwas, was wir uns jetzt noch gar nicht träumen können. Und darauf können wir uns alle sehr freuen. Das ist ja auch das, was Erlmeier gesagt hat, dass danach ein goldenes Zeitalter kommen wird. So kann man es nennen, ja. Ja. Weil die Leute werden jetzt auf die Straße gehen und werden sich das nicht bieten lassen. Jetzt kommt nochmal, jetzt kommt nochmal die Aufarbeitung des Karmals vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, wenn der Pluto wieder im Steinbruch ist. Und dann, wenn der Pluto endgültig in den Wassermann gewechselt hat, dann beginnt es mit den Freiheitskämpfen und mit den Freiheitsdemos. Und dann gehen auch noch viel, viel mehr Leute, wie bisher die letzten Jahre, auf die Straße. Das wird noch richtig krassig werden. Ja. Das ist dann die Verschlimmerung dann auch. Und die wird sehr, ja, apokalyptisch hier regelrecht. Aber man muss immer eins dazu auch ganz klar sagen, es werden viele, die jetzt da sind und auch davon wissen, in dieser Zeit nicht mehr da sein und direkt nach dieser Zeit wieder auf der Erde auftauchen. Die neue Inkarnation dann. Ganz genau. Das ist auch was, ich habe schon so oft gesagt, mir ist das eigentlich wurscht, ob ich das überlebe, weil dann komme ich halt wieder, wenn es vorbei ist, von Ihnen kam mir wieder neu. Ganz genau. Das finde ich auch. Das habe ich auch für mich schon so gesehen. Mich hat neulich mal jemand gefragt, sag mal, du hast oft mit dem Tod anderer Leute irgendwas Seherisches gehabt. Wie sieht denn das bei dir selber aus? In der Regel sage ich immer, nee, von mir selber weiß ich nichts. Stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Ich weiche dem immer aus. Ich habe das einmal gesehen, beziehungsweise ich hatte einen Satz. und der hieß einfach nur, es wird viel Rauch sein und die Zahl 3, 3, 3. Und in dem Moment, wo das beides da ist, weiß ich es auch. Und es ist auch gut so. Du, wir wissen immer, wann wir gehen. Wir wissen, wann wir kommen und wir wissen, wann wir gehen. Ganz genau. Ich sage ja zum Erzengel auch immer, ich habe keinen Bock, dass ich 94 werde. Nee, um Gottes Willen. Höchstens, ich bin nur so fit wie jetzt. Ja. Aber das Problem ist ja, der Alois hat schon viel gesagt und es ist auch, sie kommen halt auch immer mit den Zubahnschachteln und mit, er hat Smartphones vorhergesehen. Und man soll ja keine Gläser aufbewahren, weil das wird ja nicht überstehen. Ja, und dann dies und dann das und dann jenes. Und sage ich immer, Leute, der hat schon im Zeitraum gelebt. Da hat es noch ganz andere Gläser gegeben. Da hatten die auch eine ganz andere Wertigkeit. Und Zubahnschachteln, es gab auch schon ganz normale Telefone, die waren nicht größer wie Zigarettenschachteln. Also hat nichts mit Smartphones zu tun. Und dann mit dem schwarzen Papier, ja, es reicht auch Pappkarton und Zeitung. Also es geht ja nur darum, dass kein Licht nach außen dringen soll. Und ja, und es brennen dann nur geweihte Kerzen und alles andere brennt nicht. Ja, meine Kerzen kann ich selber weihen. Wer soll mir die sonst weihen? Also ja, und natürlich, es brennen Taschenlampen, es brennen LED-Lichter, es brennen Solarlampen, es brennt alles. Und ich werde auch danach Strom haben, wenn ich mich dementsprechend vorbereite. Aber das ist schon so, wirklich auch diese Angst und Panikmache, wo ich dann immer sage, Leute, lebt doch einfach erst mal euer Leben. Und genießt jeden Tag so, als ist es euer letzter Tag. Ganz genau. Und alles andere wird sich weisen, oder? Ja, es ist ja auch so, wenn man das beobachtet, gerade in der sogenannten alternativen Szene, ob das jetzt auf YouTube oder anderen Plattformen ist. Wie viel Weltuntergangstermine hat es in den letzten zwei, drei Jahren gegeben? Portalöffnungen. Ich wusste gar nicht, dass die Wikinger Portalöffnungen kannten, also. Ja, alle zwei, drei Wochen wird wieder ein neues Datum angesetzt. Leute, bereitet euch darauf vor, kauft schon mal Klopapier, etc. 2012 war schon Maya-Kalender endet und jetzt kommt die große Katastrophe. Und ich habe gesagt, damals gab es noch keinen gregorianischen, römischen Kalender. Ihr wisst überhaupt nicht, welches 2012 gemeint ist. Ganz genau. Denk doch mal darüber nach. Ich lebe hier alle nach einem römischen Kalender, der eigentliche Kalender findet mit dem Mondzyklus statt und nicht mit dem römischen Kalender. Oder die Jahrhunderte, die so getestet haben. Neujahr ist vom 31. Oktober auf den 1. November, beziehungsweise am Oktober Vollmond. Da ist Samhain, da ist die Ahnennacht und das ist das Allerheiligen, eigentlich, was die Christen machen und nicht nach dem römischen Kalender. Beltane, Dunkelmond war jetzt beendet. Wir haben alle Beltane gefeiert an Vollmond, dann am römischen Kalender und dann haben wir noch Beltane gefeiert, den Abschluss jetzt beim Dunkelmond. Und das ist der eigentliche Ablauf des Universums und nicht das, was einem ständig irgendwo eingetrichtert wird. Aber du siehst ja, wie die Leute da alle dran festhalten. Ja, leider. Es ist ja auch so, dass offensichtlich, wenn man genau hinschaut, ein paar Jahrhunderte einfach dazu gemogelt worden sind zu diesen 2024, die wir jetzt haben. Und allein da erübrigt sich schon jede Art und Weise von Datum oder sonst irgendwie was mit diesen ganzen Zeitrechnungen. Das haut dann alles sowieso gar nicht hin. Ja, genauso wie Jesu Geburt fälschlicherweise so benannt wird oder beziffert wird, was so auch nicht hinhaut. Ja, da gibt es auch mittlerweile Beweise für etc. Ja, es ist aber leider so, dass unheimlich viele Leute auf diesen Zug aufspringen, ob es jetzt um Klicks geht oder um Aufmerksamkeit oder sonst was. Ich finde es jedes Mal wieder lustig. Ich habe auch ab und zu mal ein Video darüber gemacht, wo ich dann darauf hingewiesen habe, dass da wieder jemand ein Datum festgelegt hat. Aber ich kann nur jedem raten, Leute. Das kann ja nicht mal ich. Ich sage zu den Leuten immer, ich habe kein Datum in den Karten. Das ist auch eine Eigenart, die ich auch habe und die ich bei ganz vielen sehe, die sehend sind. Wann? 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 Na, dann, wenn du nicht mehr dran denkst und wenn du nicht damit rechnest. Daten und auch manchmal mit Örtlichkeiten nicht unbedingt, das gehört nicht unbedingt dazu. Ich habe auch eine Erklärung für mich gefunden, warum das so ist, weil die Quelle, die sich uns aufmacht, wenn wir Dinge sehen, das ist eine Ebene, die mit Zeit überhaupt nicht umgeht. Da existiert keine Zeit. Raum und Zeit sind nicht existent. Das ist gestern und morgen jetzt. Raum und Zeit sind nicht existent. Ganz genau. Und deswegen kann man von da aus auch kaum Zeitansagen machen. Weil alles schon geschieht, geschieht noch oder geschieht. Ein einfaches Beispiel habe ich heute, ja. Ganz einfach. Ich habe heute die ganze Zeit gedacht, Mensch, heute ist ja noch der Boxkampf. Ich kriege ja heute noch Besuch. Komplett ausgeblendet, dass ich ja mit dir ausgemacht habe, dass wir einen Smalltalk machen. Ich war komplett auf dem Boxkampf fixiert. Usik gegen Tyson Fury. Und dann sitze ich hier und denke mir, ach nee, heute ist ja der Peter dran. Und Tyson Fury ist ja erst nächste Woche. Weil ich einfach nicht in diesem Raumzeitkontinuum nachdenke. Ich bin ja schon froh, wenn ich meine Termine gebacken kriege, die dann in diesem Raumzeitkontinuum gefangen sind. Aber da bin ich immer zu früh dran. Immer. Weil ich einfach nicht auf die Uhr gucke, sondern ich mache das einfach gefühlsmäßig. Und das ist genau das, was den meisten Leuten fehlt. Dieser Zugang zum Gefühl. Es muss alles analysiert werden. Es muss alles in Kategorien eingeteilt werden. Dies wird analysiert. Das wird analysiert. Man kann das Leben nicht analysieren. Das funktioniert halt nicht. Man kann auch keine Irrmaier-Aussagen hunderttausendmal zerlegen und analysieren. Weil das ist die stille Post. Wenn du dir heute einen kleinen Zeh anschlägst an der Tischkante und du hast eine Prellung, hast du drei Tage später den ganzen Arm amputiert bei der stillen Post. Also das ist Fakt. Deswegen haben wir ja so schöne Aufzeichnungen. Erst mit der Zeit, das war eben ein ganz witziges Stichwort. Ich habe auch mein ganzes Leben lang nie ein Gefühl dafür gehabt, jung zu sein oder jetzt alt zu sein. Ich weiß nicht, ich mache manchmal den Spaß irgendwie, ja, mit 20 habe ich beschlossen, Berufsjugendlicher zu bleiben. Zu sein und zu bleiben. Aber ich habe, mir fehlt dieses Gefühl, wo sich andere in meinem Alter dann als Opa verstehen, sich ein Brauschebart wachsen lassen, graue Haare haben, von dem Resthaare, den sie noch haben, die Klamotten so auszusuchen, dass sie zu einem Opa passt, etc., etc., etc. Genauso wie ich in meiner Jugend es verweigert habe, diese Moden mitzumachen, die eben Jugendliche damals getragen haben. Habe ich nicht gehabt. Ich habe immer meinen eigenen Stil versucht zu haben. Und damit bin ich immer ganz gut gefahren. Ich habe nie Markensachen getragen, die jetzt hier ganz dick stehen hatten. Hier Boss oder Armani oder was es sonst noch alles so für Geschichten gibt oder sowas. Oder Nike und Dingens. Dingens, wenn du sowas heutzutage in der Schule nicht trägst, dann bist du sofort unten durch und wirst gemobbt bis zum Abwinken. Also ich habe diese Attribute der Jugend und des Alters für mich nie gehabt oder gefunden. Deswegen empfinde ich auch jetzt immer noch ein zeitloses Hier und Jetzt. Ich merke ja gar nicht, dass ich älter werde. Eben. Ich habe ja Freunde, die könnten meine Kinder sein. Ja. Das sind teilweise die Eltern, datumsmäßig jünger wie ich. Ja. Und das sind, gehören zu meinem besten Freundeskreis. Also datumsmäßig 26, 30. Das sind eine meiner engsten Freunde. Ja. Ich renne ja auch, ich fühle mich nicht laut Kalender so und so alt, wie ich eigentlich sein sollte. Ja. Guck mich an, ich renne hier rum wie ein Teenager. Also das ist für mich, wie gesagt, Raum und Zeit sind nicht existent, lieber Peter. Ganz genau. Und du bist immer nur so alt, wie du dich fühlst. Deswegen hoffe ich ja, dass mein Motorrad wieder in Schuss kommt. Nein, also das mit dem Irlmeier-Szenario, das ist so ein Thema, ja. Genau. Es gibt halt, wie gesagt, bestimmte Sachen, die kann ich bestätigen. Bei allem anderen kann ich nicht mitreden. Ich hatte auch meine Visionen zu den Gebieten. Das ist alles in Karten drinnen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, an dem und dem Ort passiert was und an dem und dem Ort passiert nichts. Weil bin ich Gott oder was? Also ich kann ja nicht in Putin seinen Kopf reingucken, wo marschiert der jetzt als nächstes hin? Also das überlassen wir mal ihm. Gibt es denn jemanden, der sich auch mit Irlmeier beschäftigt und den du und den Zuschauern vielleicht empfehlen würdest? Die Person möchte nicht in der Öffentlichkeit genannt werden. Oh, ja, gut. Und sonst gibt es dann niemanden, die... Vielleicht mit mir, die geht zu Seher-Treffen, wo ich sage, das ist meiner Meinung nach die Inkarnation von Alois. Weil da sind die Visionen fast eindeutig eins zu eins genau. Ah, ja. Wie alles immer, ja. Das ist eine gute Freundin von mir. Also sonst gibt es niemanden, den du irgendwie kennen würdest? Weil ich mich nicht darüber unterhalte, nee, hauptsächlich. Das ist eigentlich erst jetzt die letzten Monate entstanden. Ich dachte, du kennst vielleicht irgendwo eine Internetpräsenz bei YouTube oder in irgendeinem anderen Kanal, wo sich jemand damit befasst, der das relativ, sag ich mal, realistisch macht und nicht so, ja, wunschdeutet. So gottisch und gottgläubisch. Genau, genau. Es wird auch Jesus nicht kommen und wird die Menschen retten. Auch das wird nicht passieren. Ich weiß nicht, wie die da drauf kommen. Die glauben ja jetzt alle durch das Irrmaier-Szenario wird dann Jesus wieder kommen und wird wieder alle erretten. Das wird nicht so sein. Ich habe eine Freundin, die läuft da auch komplett dran. Und ich habe ihr immer wieder gesagt, er wird nicht kommen. Es wird das Zeichen am Himmel erscheinen. Ja, es gibt auch keinen Polsprung. Das sehe ich auch nicht. Ja, ich sehe eher einen Asteroideneinschlag oder sowas wie einen Sonnensturm oder sowas in der Richtung, was die Finsternis hervorrufen wird. Was ja diesen Staub auch aufwirbeln kann, der gefährlich ist, wenn man ihn einmatmet. Aber das andere kann ich alles nicht unterschreiben. Wie gesagt, das sind ja nur Visionen. Ob die so kommen, das weiß ich ja nicht. Ich habe ja keinen Garantieschein. Ich weiß ja nicht, was der Engel mir da ist. Nichts, das zeigt. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, das kann man abwenden. Schauen wir mal, was die Konstellationen jetzt dann mit sich bringen. Über die werde ich mich ja am Montag mit Paul unterhalten. Da kann man mal richtig ins Detail gehen. Ist es hier schon mal passiert, dass Sachen, die du gesehen hast, dann doch so nicht eingetroffen sind? Zelten. Gibt es da ein Beispiel? Ich kann mich jetzt an nichts definitiv erinnern. Weil es gibt ja die Theorie, dass manche Leute behaupten, dass sich die Zeitlinie verändert. Eine gute Ausrede für manche Seher, die dann sagen, ja, das ist nicht eingetroffen, weil sich die Zeitlinie verändert hat. Ich sage ja keine Zeiten, ich sage ja nur Tendenzen. Ich muss dann immer lächeln, weil das ist natürlich die tollste Ausrede, die man sich überhaupt ausdenkt. Nein, das verstehe ich nicht. Das hängt mit den Portal-Tagen zusammen, die die Wikile ja auch nicht kennen. Ja, ja, ja. Gut. Ich habe das vom Gefühl her so gesehen. Ja. Meine Liebe, wir sind jetzt ungefähr seit einer Stunde uns am Unterhalten. Ich würde jetzt gerne noch eine Stunde drauflegen. Wir wollen aber die Zuschauer nicht überfordern. Richtig. Mit einem viel zu langen Video. Mach mal lieber mal noch ein zweites Mal eins. Das schreit nach einer zweiten Sendung. Da würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn wir das nochmal machen würden. Vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen mehr ins Eingemachte. Mal ab, was jetzt mit Paul rauskommt, dann können wir da drauf einsteigen. Genau. In die geopolitische Weltlage. Richtig. Heute freue ich mich, dass es überhaupt zu dem Gespräch gekommen ist, dass wir uns kennengelernt haben und es dazu gekommen ist. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es war wirklich sehr schön. Ich hatte, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Es gab natürlich Menschen, die mir gesagt haben, Oh, schwierige Person, diese Tahuti. Mach das nicht. Die könnte auch gefährlich sein. Oh, die ist von der bösen Seite. Und die Voodoo-Puppen, die Voodoo-Puppen, die Voodoo-Puppen. Ja, und dann, logisch bin ich schwierig. Ich bin nicht manipulierbar. Ganz genau. So wie ich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Zuschauer, Ich habe Tahuti im Vorfeld ja schon kennengelernt. Und ich muss sagen, so ein herzensguter, lieber Mensch ist mir selten untergekommen als neue Bekanntschaft. Und ich kann nur sagen, sie ist auf jeden Fall auf der guten Seite. Sie geht mit ihren Kräften immer positiv rum. Sie fügt niemandem Schaden zu. Und vor allem, wenn das mal so sich so anhört, wie neulich etwas mit der Voodoo-Puppe, dann ist das beabsichtigt, einfach jemanden zu ärgern. Getan hat sie es trotzdem nicht. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Ich sehe sie sehr berühmter, positiver. Meine Voodoo-Puppe ist nicht so schön, wie dass ich die verheizen würde. Du warst du. Sie ist einfach ein sehr lustiger, ein sehr lebensbejahender und wirklich sehr freundlicher Mensch. Das kann ich sagen. Ich habe sie jetzt, wie gesagt, ich kenne sie erst seit ein paar Wochen. Aber die Gespräche, die wir bis jetzt gehabt haben, waren immer sehr schön. Und haben mir viel gebracht. Und dafür bedanke ich mich noch mal ganz herzlich bei dir, Tauti. Ich danke dir für dein Vertrauen. Und wie gesagt, die Wege des Herrn sind unergründbar. Es gab Wege, die haben uns einfach zusammengeführt. Ich danke dir, Peter. Das kann ich nur zurückgeben. Bussi. Baba. Liebe Zuschauer, euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Lacht 15 Bismillah. Wie gesagt, wer kann man siehst. Untertitelung des ZDF, 2020